Willkommen zum Bau der Ladestation. Hier zeichnen wir erstmal die Umrisse auf ein Stück Multiplex. Und diese Ecken werde ich dann nachher später mit Schleifpapier abfeilen. Die Rundungen des Handys werden eingezeichnet und so soll es dann am Ende aussehen. Hier werden die unteren Ecken mit einem Forstnerbohrer aufgebohrt und danach mit einer Stichsäge ausgeschnitten. So passt das Handy wunderbar rein. Jetzt noch die Ecken sauber abschleifen und die Fräsungen für den Stecker machen. Das Holz wird fixiert und dann mit einer Makita Oberfräse im richtigen Winkel abgeschrägt. Für das Kabel ziehen wir einen Schlitz in den Boden und bohren die Löcher für die Schrauben. Der Stecker wird mit 5 Minuten Epoxy angedickt mit Baumwollflocken verklebt. Damit sich das nicht verklebt, verwenden wir Backpapier. Jetzt wird das Handy einfach auf den Stecker gesteckt und somit in die richtige Position gebracht. Danach wird der Stecker mit normalem Epoxy auch 5 Minuten vergossen und mit Backpapier wieder abgedeckt. Die Rückplatte wird mit dem Vorderteil verleimt und die finalen Schnitte gesetzt. Natürlich wird mit dem Bandschleifer noch schön verschliffen. Jetzt noch mal fein mit dem Schleifpapier über die Kanten und der Boden mit dem Ständer verschraubt. Jetzt wird das Kabel mit Heißklebe im Kanal fixiert. Zu guter Letzt wird das Ganze eingeölt und nach einer Wartezeit von ca. 15 Minuten wird das überschüssige Öl abgenommen. Vielen Dank fürs Zuschauen und ich wünsche euch viel Spaß beim Nachbau. Denkt daran meinen Kanal zu abonnieren. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.